Hallo und herzlich willkommen liebe Tech-It-Classic-Together-Freunde. Heute mal wirklich together zusammen mit dem Marco. Hallo. Er hat sich unter einem Video gemeldet und ja, ich wollte nicht mehr so einsam sein. Und zur Abwechslung kommen wir mit, haben wir sogar einen Plan, was wir dieses Mal machen. Und unser Plan führt uns in den Nether. Deshalb haben wir auch Bögen dabei und nochmal Windensteil, Feuerzeug für Notfall und so weiter. Was noch einer, hab kaputt. Ja gut, ich hab drei mit. Passt. Gebe ich dir welche ab. Weil unser vorrangiges Ziel ist jetzt Glowstone, da oben ist schon welcher, weil daraus können wir uns dann später Jetpacks bauen. Äh, souls and cigar. Oder was auch immer. Das für ein Stein ist Zeug. Ich baue uns hier erstmal den Weg, damit wir ein bisschen schneller rennen können. So, ähm, genau. Wegpunkt setzen. Ähm. Butter. Das müsste bei dir auch mit Komma gehen, schätze ich. Ach ja, sehe ich. Na egal, ich mach den Weg jetzt nicht. Ich baue mich mal eben dort hoch und hole den, ähm, Glowstone. Und Wegpunkt wurde auch bei mir grad gesetzt. Ja, das ist gut. Das ist immer ein bisschen blöd mit der Katte. Man sieht halt im Nether nur den Wegpunkt, aber halt nicht die Katte wie in der Oberwelt. Ich baue noch ein bisschen auf, damit ich mich auch irgendwo hoch bauen kann. Achso, das ist ganz gut. Und ich sag's dir vorhin noch. Entweder er hört mich auf mich, weil er mich nicht mag, weil er mich nicht kennt, weil er mir nicht vertraut, oder weil er einfach zu blöd ist. Ich tendiere zu... Naja gut, ich mag jetzt nicht gemein sein. Ich hätte jetzt gesagt ersteren, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was ersteren war. Verdammt. Meine eigene Faunte versaut. Ich komm schon wieder runter. Ups, ich hab hier von diesem... So, also damit... Von diesem Sand da was abgebaut. Damit können wir uns auf jeden Fall eine ganze Weile lang Tränke brauen und Jetpacks bauen und was weiß ich nicht alles. Und nen Solarhelm. Und ich würd sagen, wir gehen mal dort oben lang, wo dieser Lava aus der Decke rauskommt und versuchen dort irgendwie ein Netherfest oder so zu finden. Ah ne, wir gehen erstmal nach hier hinten. Wenn man so leicht an Lowstone rankommt, dann darf man das nicht liegen lassen. Kommst du mit? Äh, ich komm ja mit, aber ich hab gerade richtige Frame-Anbrüche. Äh, vorhin als ich die Aufnahme gestartet habe, hatte ich auch 30 und ja. Deshalb hab ich vorhin gesagt, meine Frames müssen sich erstmal fangen, jetzt bin ich wieder auf 60 oben. Ist halt ein bisschen doof, Frames. Ähm, deshalb nehm ich das auch eigentlich nicht so gern, aber in letzter Zeit hat's mein PC irgendwie so. Ich setze ihn bald neu auf, also sind die ganzen Probleme bald gehoben. In letzter Zeit hat's Frames irgendwie so. Ist am besten einfach so. Und der lockt das halt immer so auf 60 oder 30 FPS oder 120, was weiß ich. Je nachdem. Damit die FPS halt nicht so schwanken. Ich hab auch meinen Sound ein bisschen leiser gestellt. Ich glaub, das muss ich auch mal eben tun, weil irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob du jetzt lautet ist oder die. Ja, mein Sound ist anscheinend hoch, aber ich höre die Pigments nicht. Nice. So, links, rechts, rechts. Das wird wieder so eine ewig lange Suche. Ich überlege gerade, ob ich einem nochmal Zeitraffer reinhaue, weil wenn man nicht innerhalb von den ersten 5 Minuten eine Festung findet, dann dauert's meistens Ewigkeiten. So, rechts. So, congratulations. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh mein Gott, mein Telefon. Ich komme nicht wieder. Nein, hört's. Zum Glück. Ja, wir haben eigentlich genügend Bluestone und so. Oh, ich bin gerade bei deinen Kisten. Du könntest dir alles, was wir zu schmelzen haben, schon mal unten in die Öfen reintun. Ich habe halt nur 46 leuchtender Staub, also Leuchtenstaub oder wie auch immer es heißt. Tue ich mal in die Kiste, wo die ganzen Sachen sind. Ah, ich bin beim Portal und ich bin schon zu weit gerannt. Ich schlau, ich bin jetzt aus der Zeitraube, ich bin jetzt aus der Zeitraube raus und komme auch mal zurück. Thank you, come again. So, ich bin jetzt auch gleich oben. Treppen steigen. Treppen steigen, Treppen steigen, Treppen steigen. Ich habe gerade nichts zum Schmelzen. Ich habe böseens ein Never Cooper. Ja, Never Stein und Never Cooper. Ich probiere das mal mit dem Never Cooper hier gerade aus, wo, ob der, ne, ein Compressor kommt, der garantiert nicht. Ich probiere mal, was passiert, warum den in den Macerator tut. Das ist kein Netz, das sind echt meine Freunde. Genau, wird so wie die Späte. Never Redstone, oder? Will noch jemand? Oh, hallo, du schöner Creeper. Geh sterben. Okay, komm mal her und tu, achso, wenn du jetzt noch beschäftigt bist, tu mal alles Nether Zeugs, was du hast, in den Macerator. In was? M-A-C-E-R-A-T-U-R. Steht hier neben mir. Das Ding macht nämlich aus einem zwei. Also, falls du noch Never Copper hast, dann rein damit. Nur, sonst Never Stein. Okay, äh, kannst du meinen Nether Rig mal mitnehmen, bitte? Und, äh, warte, das hier auch, das hier auch, das hier auch, das, das, das. Du schaffst das, kotze es raus. Das, das, äh, das, das. Lass es raus. Danke sehr. Das war's jetzt. Ähm, und weißt du was? Ich werde an dieser Stelle jetzt einen Cut setzen, die Folge beenden und wir schneiden, äh, wir braten das jetzt noch in der Zwischenzeit fertig. Ich klemme eben noch Zombie. Und dann können wir da hinten auch bald mal die Farm weiterbauen. Das ist eine gute Idee, wenn wir jetzt wieder Ressourcen haben, Farm weiterbauen. Okay, ich denke mal, das ist ein Ziel für, das ist die 16. Folge, ich würde mal sagen für die 17. oder? Ja, 17. Folge, da geht's los, ey. Hast du noch irgendwas zu sagen? Nee, endlich nicht mehr. Finde ich gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir nennen uns im nächsten Paar. Zusehen und wir nennen uns im nächsten Mal.